Ja, das können wir gleich machen. Drücke Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. Ach, das ist so... Ja! This does not exist. 7. Oktober. Das war der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornadio auf Acadia Bay zu stellen. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jefferson Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. War fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Die Toria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für die Helden des Eintragsbewerbs einzureichen. Während Toria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von mir machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich. Und dann kam eine Punkerin rein. Sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Mir wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel abhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden. Bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Tatsächlich täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammengeruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten konnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo. Und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Bis ich zum Sicherheitschef David Madsen, der sich als Chuck Norris Blackwell Ranger hält, äh, sich für den hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hatte fast ein Mädchen getötet und das Problem bin ich? Ich war so froh, als Director Wells einschritt und David wegscheuchte. Ähm, Entschuldigung? Ich wollte Director Wells informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumfuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen und meine Fähigkeit nicht erwähnen. Aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erklären, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während meines Alarms im Flur zu suchen hatte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Not all of these, äh, all of those who wonder are lost. Okay. Mein Alltag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdringen kann. Besser geht's nicht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, äh, also mein Tag begangen mit aufstehen, einkaufen gehen und, äh, aufnehmen. Und da hat sie definitiv was Spannenderes erlebt. Das ist Broke, okay. Was machst du da? Ich möchte bitte sprechen. Hi, Broke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ähm, klar. Ich hätte auch gerne eine Drohne. Okay. Warren sagte, du wärst smart. Bitte, steck zurück. Okay. Dann, oh, nein, nein, nein. Entschuldigung. Ich war jetzt gerade irgendwie noch von einem anderen Spiel, wollte ich jetzt gerade, äh, rechte Maustaste machen, um mich dann umzugucken. Ich glaube, das wäre nicht ganz so gut gewesen. Gut, ähm, einspringen, da gehen wir mal hin. Hinsetzen. Ah, erstmal hinsetzen. Oh ja. Hm. Hm. Diese Visionen, diese ... Power. Ich ständig erwartet, dass ich wieder ein Mal wundern. Aber wenn das ein Traum ist, dann bin ich nicht in der Nacht. Das bedeutet, dass ich irgendwie ... Ich habe Zeit gezwungen. Also muss ich ein Grund sein. Und ich muss herausfinden, warum. Ja? Kann ich auch wieder aufstehen? Scheinbar falsch. Da fliegt die Drohne. Es ist schon ein schönes Örtchen. So viel steht fest. Ich würde nur gerne wieder aufstehen. Hallo? Okay. Habe ich gerade einen Bug? Ähm ... Irgendwie will das nicht. Gerade. Ich bin gleich mal wieder da. Sekunde. Das ist gerade irgendwie schon ein wenig sehr komisch. Deswegen ... Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt einfach den ... Punkt, den letzten Checkpoint noch mal geladen. und werde das jetzt nicht anklicken. Ich glaube, das war ... Okay. Ach, stimmt. Das habe ich vergessen. Ähm ... Entschuldigung. Das werde ich jetzt gleich nicht noch mal durchlesen. Ich bin jetzt gerade ... Ich habe die Gespräche gerade noch mal mit Absicht so gemacht, wie ich sie im Vorfeld schon gemacht habe. Und ... Guck jetzt mal hin. Das ist ein tolles Bild. Das ist ein tolles Bild. All diese ripplen, grünen Korn. Naja, das Tagebuch. Das haben wir auch schon alles gelesen. Gucken. Ich hoffe, dass alle ihren Wunsch hatten. Ich hoffe, dass alle ihren Wunsch hatten. Das ist ein tolles Bild. All diese ripplen, grünen Korn. Ich hoffe, dass alle ihren Wunsch hatten. Ich hoffe, dass alle ihre Wunsch hatten. Ich hoffe, dass alle ihren Wunsch hatten. Gucken wir jetzt mal weiter. Das ist Stella. Hier spricht es. Hey, ich weiß dich. Du bist die neuer kaltige Frau in Jefferson's Klasse. Ist er unglaublich? Hm. Ja, ich denke, ich finde ihn auch toll. Hm. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Me, auch. Seine New-York-urban stuff ist gut, aber ich bin glücklich, dass er zurückgekehrt ist. Ich bin glücklich, dass die East-Koast-elite ist. Es muss auf die pretentiousen Hallerien dass Marc Jefferson ist teaching Fotografie zu Blackwell-Hicks. Plus, er ist ziemlich heiß für ein junger Mann. Wenn Victoria nicht all über ihn, ich würde definitiv machen. Victoria? Victoria ist ziemlich obvious. Ich glaube, ich glaube, Jefferson ist nicht zu sie. Ich glaube, sie hat sie geschlossen. Aber sie ist nicht der einzige Spieler. Jetzt, wie Sie das wissen? Du hast viel zu lernen hier, Blackwell. Rachel Amber absoluten hatte sex mit ihm. Woah. Ich habe das von einem guten Nachmittag. So, du kennst dich Rachel? Nicht wirklich. Ich sah sie mit den anderen coolen Kindern, wie Victoria. Das ist nicht mein Kind. Aber ich hörte verrückte Geschichte über Rachel. Okay. Interessant. Was ist das? Das habe ich von mir schon gesehen. Die Statue. Das ist eins von unseren Fotos. Fotos. Mit Fügelchen. So, jetzt können wir wieder Tab drücken. Und da haben wir es. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Weitwinkel. Nice. So, ähm. Das haben wir, das haben wir. Jetzt gehen wir mal hier zum Skatern. Oh, hier sind noch mehr Plakate. Ja, vermissten Anzeigen und so. Hi Justin. Yo, Justin. Jo, Mann. Check out the max. Come to thrash? Halsch. Auf jeden. Ah, verdammt. Entschuldigung. Oh, ja? Bring it. What's your first move gonna be? Uh, jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Ähm. Ja. Na. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Klar. Mh, den Nose Slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Ja. Nicht schlecht. Hey. We're not really a skate buddy. Hm. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Rachel was überall, no? You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Punker friend? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats. Blue hair. Hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Also, irgendwie hatte Rachel mit allen was zu tun. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. You can watch us destroy these rails. I'm gonna go back. Hey, you're not really a skate, Betty. No, I'm gonna go back. Uhm... Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber and her punk friend used to long skating with us. Ah, damn. Bis später. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Yeah. Okay, come on, come on, come on, come on, come on. So. Let's do that again, we want to go on the other side. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ähm, den Treeflip. Okay. Das tat weh. Ich bin mal so dreist. Dankeschön. Und da haben wir das. Bild, Errungenschaft, Teleobjektiv. Okay. Tut mir leid. Aber das muss jetzt sein. Hey. Hey. Ähm. Das war ich mal. Wie gerade. Ich habe das Gefühl, wir sind hier, um Rachel Amber zu finden. Also ich lasse jetzt das Gespräch nochmal genau so laufen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir sind, es ist überall diese Rachel hier, Rachel da, Rachel dort, überall die Anzeigen und so. Es ist wirklich hier, um Rachel Amber zu finden. Und die Punkerfreunde. Das war das Mädel von vorhin. Entschuldigung. Ähm. Das musste doch mir doch echt verhängen gewesen sein. Ich würde eher Rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Gut. Ähm. Das haben wir auch geschafft. Daniel. Hey, Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, um, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Hm. Klar. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Äh, schon ein bisschen krass, wie die halt auf sie auf, äh, sind. Ähm. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Killed me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Sie war wirklich für alle da, für alle Gruppen, egal ob Vortex Club oder irgendwelche kleinen Skater. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute. Äh. Also, es haben wirklich irgendwie echt alle mit ihr zu tun gehabt. Oh, that's a good posture. Das ist schon, weiß nicht, ich find das schon irgendwie heftig. Also, sie war wirklich der Liebling der Schule. Alle mochten sie, alle hatten sich gut mit ihr verstanden. Sie hat sich mit allen gut verstanden. Alle waren nett. Also, sie kam echt mit jedem klar. Und dann ist sie plötzlich weg. Best Portrait ever. Also, ich kann nicht zeichnen. Okay. Ich frage mich gerade, was das für Konsequenzen hat. Wahrscheinlich werden wir als nächstes verschwinden oder so. Wer bist du? Irgendein Mensch. Okay. Wer bist du da hinten? Ein Fotoalbum. Und Evan. Ich will mit ihr sprechen. Ach, verdammt. Ja, verdammt. Gut, dann machen wir das nochmal. Das ist ja das kleinste Problem. Ich möchte mir das Fotobuch jetzt gerne ansehen. Ähm. So. Hi, Evan. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Das zeichnet natürlich nicht mehr bekommen, wenn ich die Antwort gesagt habe. Eugen Smith? Eugen Smith? Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Dann haben wir dann nochmal. Hallo, Evan. Hey, Evan. Ich bin da schmerzfrei. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Hm. Er? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. Also, ich habe 25% die Möglichkeit, das zu schaffen. Und ich schaffe es einfach, jede einzelne Möglichkeit zu versagen. So, jetzt aber. Ernsthaft. Ich schaffe es, jede einzelne Antwort falsch zu machen. BTF? BTF? Da, Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work. Despite the controversy about the photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Klara, fair ab Sührmuse, adew of a proud family for her? I'd be honored, sir. Taha. Might have to be here. These photos are great. And Rachel Amber's face is so strong. Mesmerizing Schon wieder Rachel Auch er hat mit jetzt, wir haben alle, was ist das denn für eine Frau? Wer bist du? Ein Graffiti? Clever Du bist Luke, hallo Luke Max, I don't feel like talking Sorry Nathan Prescott, little rich bitch kid He thinks he can own people like his parents own Blackwell Like he owns the Vortex Club Yes, he's a nasty piece of work Somebody needs to take that prick down Er würden viele He'll take himself down Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple Hey So, nochmal Ah Hello Max, I don't feel like talking What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid He thinks he can own people like his parents own Blackwell Like he owns the Vortex Club Yes, he's a nasty piece of work Yes, he's a nasty piece of work Somebody needs to take that prick down Ähm Was wird passieren? What? It'll happen Karma doesn't play favorites Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple Nochmal Sorry, wenn ich mich immer wiederhole hier, aber Naja Hm, was ist los? Nathan Prescott Little rich bitch kid He thinks he can own people like his parents own Blackwell Like he owns the Vortex Club Yes, he's a nasty piece of work Somebody needs to take that prick down Hm, er würde einen Fehler machen He'll take himself down Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple Ich dachte, dass das wäre eine Möglichkeit Dann nicht Dann gehen wir mal weiter hier Äh Ja, das sieht, äh Linke Maustaste Zu den Wohnheimen zu gehen Okay Yeah Aber ich glaube, ich werde auch diese Aufnahme-Session Und jetzt hier einmal ganz kurz Ja, ich werde diese Aufnahme-Session hier jetzt beenden An diesem Checkpoint Und werde das nächste Mal weitermachen Weil ich heute leider noch ein bisschen was von Ich muss die Folge ja noch rendern Damit die eigentlich am ersten Tag rauskommt Äh, euch noch einen wunderschönen entspannten Tag Viel Spaß Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Life is Strange Bis dahin, tschüss! Tschüss!! Vielen Dank.